Herzlich Willkommen, wir spielen noch eine Runde mit unserem Priester und schauen mal, was wir reisen können. Und denkt bitte immer dran, beim Spielen gegen andere Spieler erhaltet ihr zu besetzliche Erfahrungen. Sehr schön, was bekommen wir denn für einen Gegner? Einen... Anduin gegen Jada! Das Licht wird den Sieg bringen! Lichtbrot kann eklig drin erhalten werden. Was wollen wir noch für einen Start? Und ja, unsere Starthand ist beschissen. So... Das war's! Ja, können wir nicht viel machen. Wir müssen jetzt natürlich... Einsatzbereit! Das war's! Das war's! Genau, geht drauf! Und da drauf! So! Ach, Mist kann ich ja gar nicht! Ich dachte das ist ein... Ah, schade! Nein, gut! Nein, gut! Okay! Sehr schön! Und schauen in die nächste Runde! Okay! Okay! Ein Midschgeheimnis! Das kann natürlich heißen... Das kann natürlich heißen... Spiegelbilds! Und Spiegelbilds bei einem 5-3er wäre jetzt natürlich... R-Kontra-Protten! Ich schade mal das hier! Und werde mit ihm angreifen! Ich löse ein Geheimnis aus! Ach, noch eine Achtung! Gut! Gut! Jetzt nen... Gut! Und wir spielen... Das war's! Wir haben hier immer noch unseren Tank liegen... Aber ich hätte gerne die... Ah! Scheiße! Gut! Benötigt ihr einen Regen? Ähm... Ich muss sie verdoppeln... Damit... Damit sie nicht zu anfällig oder zu angreifen wird... Und haben schon nen... 3-2-2-Tank... 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 Ups! solange wir jetzt natürlich hier viele karten haben einsatz bereit unsere kapraren Wie können wir... Ich frage mich, ob... Ah, wir haben eine heilige Nova. Aber damit wir auch noch eine Krabbe haben. So. Und... Sollen wir die rausnehmen? Ne, im Moment gerade arbeitet sie ja eher für uns. Lassen die mal noch dran. Die junge Priesterin wäre halt echt gut gewesen. Nochmal, die Frage ist jetzt, was schwenden sie hier für einen Feuerball? Sie schiebt. Und... Und später schnuriert das natürlich unangenehm. Der Krabbe ist weg. So. 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 Ein Schaden drauf. Die Kandankenkontrolle behalten wir. Dann werden wir hier erstmal wieder ein bisschen aufräumen. Für die Allianz! Verzeugt nicht, Jüngelchen. Die Erdenmutter ist nah. Will ich haben. Nehmen wir. Copybriefdeck. Ist sehr schön. Wir. Warte. Dankeschön. Und können... Für die Allianz! Was bekommen wir? Mögen meine Vorfahren über mich wachen. Oh, jetzt wird's langsam echt peinlich, also... Ja. Ähm. Ähm. Ja. Nehmen wir erstmal alles raus, was irgendwie blöd ist. Haben wir noch hier unseren Vierer Heilung drin? Ja. Der kommt weg. Wie viel Schaden liegt hier drauf? Wir haben 11. Wir haben 12. Wir haben 13. Wir haben 13. Ich wollte ein Tee hier noch sein. Aber... Für die Allianz! Au, ein... Das hat echt Spaß, ne? Ja. 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 Die Zufallskarten gespielt hat. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Empfehlungen habt oder Kommentare, schreibt die bitte unten rein. Ich würde mich über ein Like freuen und ja, bis zum nächsten Mal.